ja hallo liebe uhr und freunde ich begrüße euch ganz recht herzlich hier im federhaus auf meinem kanal mein name ist alexander und ich zeige euch heute im hands-on die tiso gentleman in zwei verschiedenen versionen und zwar zum einen die powermatic 80 mit silizium unruh spiralfeder hier in dieser bicolor version und die version in quarz und edelstahl mit einem schönen blauen zifferblatt wir werfen nun als allererstes einen blick auf diese bicolor variante kleine besonderheit am rande die lunette dieser uhr ist aus massiv 18 karat gold gefertigt das ist also keine pvd beschichtung das schlägt sich dann auch ein bisschen im preis nieder die technischen daten zu der uhr die seht ihr ab minute 804 da blende ich die für euch ein zu beiden armband uhren ja kommen wir mal zum zifferblatt ein designmerkmal was dieser uhr vorbehalten ist nämlich dieser bicolor variante ist dieses fadenkreuz im zifferblatt dass ihr sehen könnt das finde ich ein nettes design detail ich glaube sogar das hätte ich mir für die ganzen automatik versionen gewünscht und nicht nur für die bicolor variante aber gut das ist natürlich jetzt eine persönliche geschmacksache der ein oder andere von euch der freut sich vielleicht sogar zu hören dass dieses designmerkmal bei den anderen automatik versionen nicht vorhanden ist hier sehen wir das edelstahl armand das ist schön massiv gefertigt hat eben in der mitte diese polierten elemente oben seht ihr hier die massive 18 karat gold lünette und was mir aufgefallen ist an der uhr da müsst ihr in den technischen daten auch darauf achten aber ich sage sie auch noch mal die uhr hatten durchmesser von nur 40 millimetern aber sie trägt sich wirklich sehr groß denn die band anstöße vom edelstahl armand sind wirklich sehr sehr lang ausgeführt das heißt also man kommt bei dieser uhr hier schon fast auf 60 mm von horn zu horn und das finde ich da ist die so ein bisschen übers ziel hinaus geschossen mit diesen lang ausgeführten band anstößen denn der ein oder andere denkt sich vielleicht ja eine 40 mm uhr ist perfekt für mich kann ich gut tragen und die normale horn zu horn länge der uhr ist auch schön kompakt ja pustekuchen wenn man die uhr anlegt dann mein handgelenk ist 18 cm 18,5 also wenn ihr ich sag mal 17 habt 17 in halb ich glaube da drunter könnte es problematisch werden aber anprobieren würde ich sagen es in jedem fall pflicht hier habe ich euch gezeigt es sind zwei halbe bandelemente verbaut die schmetterlings falsch schließe und das armband ist alles soweit tadellos ausgeführt für diese preisklasse da hat ich so einen ganz guten job gemacht finde ich die uhr fühlt sich auch wertig an wenn man sie in die hand nimmt sie hat ihr gewicht das habe ich natürlich auch mit in den technischen daten verewigt sozusagen da könnt ihr noch mal genau die gewichte auch euch ansehen hier seht ihr das relativ schlicht gehaltene powermatic 80 werk aber eine siliziumumruh spiralfeder ja das ist schon nicht schlecht unanfälliger gegen magnetische einflüsse das kann sich eigentlich schon sehen lassen ja hier seht ihr das durch den glasboden ich finde allerdings dass die uhr an sich durch das vollpolierte gehäuse und eben auch durch das armband und mit diesem schönen zifferblatt eigentlich so ein bisschen mehr aufsehen erregt also das uhrwerk würde ich jetzt sagen dass von optik her nicht unbedingt das womit diese uhr beeindruckt sondern eher durch ihre gestaltung an sich es ist eine schlichte dress sportuhr sage ich jetzt einfach mal und ja solltet ihr euch mal angucken wenn ihr sie mögt ich fand sie gelungen allerdings finde ich das preistag für diese version mit der 18 karat gold lünette dann doch ein bisschen heftig ich würde da wahrscheinlich doch eher zur normalen automatik version greifen ohne gold so hier gucken wir uns jetzt das pendant an in quarz mit dem blauen zifferblatt die uhr ist von der ausführung her ein bisschen schlichter gehalten würde ich jetzt mal sagen denn dieses datums fenster zum beispiel hat nicht noch so einen schönen rahmen drumherum wie die automatik version ist da also etwas einfacher in der gestaltung ansonsten finde ich das zeigerspiel und die indizes und auch das zifferblatt sonst gleichwertig gemacht die uhr hat aber tatsächlich auch andere abmessungen diese uhr ist auch eine 40 millimeter uhr ist dann aber von den anderen abmaßen her schon kleiner die uhr ist bei allen abmessungen ein millimeter kürzer das heißt horn zu horn länge ist ein millimeter kürzer band anstoß zu band anstoß ist ein millimeter kürzer die uhr ist noch mal zwei millimeter flacher als die automatik version und sogar die band anstoß breite ist eine andere als bei der automatik das heißt ihr könnt nicht untereinander bänder tauschen die automatik version ist vom gehäuse her würde ich sagen ein bisschen schlichter ausgeführt das gehäuse ist im grunde genommen komplett matt abgesehen von der polierten lünette und einer anpolierten phase hier an der gehäuse kante da finde ich persönlich macht die automatik version noch ein bisschen mehr her allerdings ist im gegenzug dafür die quarts version hier durch eben weniger polierte flächen im alltag vielleicht ein bisschen weniger kratzanfällig und unproblematischer ich wollte euch die uhr einfach zeigen weil ich das zifferblatt schön finde das ist ein toller blauton und auch die höhe der uhr ist vielleicht für den einen oder anderen interessant für euch der boden der uhr ist relativ schlicht gehalten es ist ja eine quarts uhr also gibt es hier eben nicht viel zu sehen wenn ihr mich aber fragt also ich würde bei dieser uhr dann doch lieber zur automatik version greifen die finde ich einfach ein bisschen hochwertiger und da finde ich das preis leistungs verhältnis einfach deutlich stimmiger wie ich das eben schon angedeutet habe das preistag für diese bi color version finde ich so ein bisschen übers ziel hinaus geschossen ich denke aber dass sich das auf dem markt bemerkbar macht und das ist auf diese bi color version dann eben entsprechend bessere nachlässe geben wird als auf die normale stahl version also mein tipp wäre wenn ihr ein bi color fan seid und ihr freut euch dass ihr tatsächlich eine massive 18 karat gold lunette bekommt dann guckt euch die uhr ruhig an ansonsten würde ich eher sagen orientiert euch eher an der edelstahl version ja und hier habe ich euch die uhr jetzt auch noch mal an meinen beiden handgelenken gezeigt und da konntet ihr sehen an meinem handgelenk 18 cm beziehungsweise 18,5 da wirkt die uhr auch nicht zu klein mit ihren 40 mm und auch ich mit meinen knapp 1,98 könnte diese uhr ganz gut tragen und sie würde nicht viel am platz aussehen das liegt eben aber auch daran dass diese uhr für eine 40 mm uhr wirklich sehr groß ausfällt und hier zeige ich euch die beiden noch mal nebeneinander die uhr wurde übrigens von euch angefragt also ich reagiere mit diesem video auf eine anfrage von euch denn ich wurde konkret gefragt ob ich nicht mal eine Tissot gentleman zeigen könnte und ich sage ja immer wenn ich die möglichkeit habe auf eure wünsche einzugehen dann mache ich das auch so und hier blende ich euch jetzt die technischen daten ein links für die powermatik 80 und rechts für die quaz version ja achtet auf die technischen daten und die abmessung komplett unterschiedlich zueinander und ja ich hoffe es hat euch spaß gemacht und sage bis zum nächsten mal im fehler aus